Oder, wir versuchen doch den Boss hier oben mal, was ja sag ich mal so gesehen der erste Weg ist. Der hat ja immer eine Sequenz. Margit, oh mein Gott, es ist meine Mutter. Tschüss. Ah. Mir ist vorher gar nicht aufgefallen, was erstmal hier waren. Aber man muss sagen, von dem Schaden den er auszahlt, ist der angenehmer als alles andere. Ah. Weil entweder bin ich total im Timing to- im Ar- ach, ich weiß es auch nicht. Tschüss. Boah, das hier, ey. Entweder ist es... Oder ist es... Oder ist es... Oder ist es... Piu. Nein, lass mich doch weg! Ah! Ich bin schon... Jetzt, 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 nur am B drücken, da ich zurückgehe, ey! Ah! Was war... Boah, es ist doch einfach so ein... Enger Steak! Nein! Nein! Oh, shit! Nein! Das gibt's doch nicht! Ich... Weißt du... Jetzt fällt mir an... Jetzt fällt mir auf mich ein... Was mich wirklich am meisten stört. Boah! Boah! Aber was ist der für... Der Schild-Parry... Ja, es gibt ein Schild-Parry. Wenn Schild-Parry essentiell sein soll, oder Parry an sich, also parieren, Dann, äh... Wird's aber nirgendwo im Spiel mal gesagt. Gibt's doch nicht! Hallo! Kann nicht sein, dass überall auf der Karte es für mich kein Weiterkommen gibt an Einstellen. Da ich an allen Ecken... Hänge! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Ach, Scheiße! Ach, Scheiße, Scheiße! Boah, wie lang der verzögert! Kotzt die Wand an! Kotzt die Wand einfach an! Stoppie! There's foolish ambitions to rest! Ich pass es nicht! Was soll denn so ne Scheiße!? laugh potsزyoursexpots Etwas! Lass mich doch einfach gehen! Äh, natürlich Versteh ich nicht Gibt's nicht, ey Ja, trotzdem Ja, natürlich macht der Hammer einen Arealschaden, aber ich spring doch raus Nein, nicht Das kann doch nicht sein Oh, ich fick einfach alles Ah Ja Entschuldigung. Wieso? Mir ist scheißegal, es hat irgendwie funktioniert und ich hab keine Ahnung, weil ich ihn das zweite Mal durchbrochen habe. Es ist mir so egal. Weil komischerweise hab ich ihn zweimal auf die Knie gezwungen und ich bin mir nicht sicher warum. Also normalerweise ist das ja, wenn du die durchbrechst. Die Verteidigung. Ich kann mich nicht freuen richtig. Es wirkte aus wie ein Fehler, aber es ist egal. Sieg ist Sieg. Vielleicht liegen mir andere Bosse besser. Ich kann's nur hoffen. Was ein Elend. 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 Was ein Elend.